Moin moin und herzlich willkommen zur Mega-Koop-Saison 2017-2018 hier in F1 2017 zum Qualifien. Heute sind wir da, wo der Bär steppt, Milch und Wodka fließen und Zahnen sich Hallo sagen, nämlich hier im Sochi Autodromo in Russland. Heute ist mir es eine besondere Ehre, unseren neuen Stammfahrer bei Williams vorzustellen. Von abgefahren, derjenige, der unseren Fahrern das Driften in F1-Rennern beibringen wird. Duki! Der steppende Bär in Personenform. Ja. Und dann darf ich natürlich heute noch vorstellen, Wade, Benni, Kai, Viper, Marvin, Zephas, Aka, Maxi, Anton, Leon, mein Kommentatorenkollege, Gugi, Michel und Dave. Ja, grüße dich. Hallihallo. Hallihallo. Das mit den Bären und so möchte ich gerne nochmal kurz wiederholt haben. Da, wo der Bär steppt. Und die Milch fließt? Milch und Wodka fließt und Zahnen sich Hallo sagen. Ganz schön cool. Das sind Zahnen. Zahnen. Das war, bevor die Sowjetunion gegründet worden, gab es ja im Prinzip einen Kaiser. Und die wurden in Russland Zahre. Der Zahre genannt. Hat der in Österreich keine Geschichte in der Schule oder was? Ja doch, aber da ging es meistens nur darum, dass ihr Bessertum, Erste Republik, Zweiter Weltkrieg, Zweite Republik. Das war's. Und ein gewisser, ja. Nur ein Tipp an unsere jugendlichen Zuschauer, Milch und Wodka floggt, sollte man nicht zusammen trinken. Hat Duki schon ausprobiert. Lebenserfahrung. Ja gut, doch, White Russian. Die Idee von Duki war ja so weit nicht schlecht, weil normalerweise, wenn man mehr Milch trinkt, hat man ja angeblich weniger Kater. Es gibt ja echt diese Mischung aus White Russian. Stimmt, White Russian Milch von The Dude. Bickle Bausten. Es schmeckt sogar. Also es schmeckt mehr nach Milch als nach Wodka. Willst du einfach Alkohol promoten? Nein. Ich wollte ja nur, trinkt keinen Wodka, Leute. Das floggt. Egal, womit ihr das trinkt. Sagt der, der Alkohol-Werbung auf dem Auto fährt. Ich mach gleich so weißen Gaffer drauf, dann überklebe ich das einfach. Das war doch auf Maxi und Dave. Ja, Dave ist, also an die Zuschauer, Dave ist nicht arrogant oder abgehoben geworden, der ist nur gerade AFK, der hat nämlich seinen PC gerade ganz frisch aufgesetzt und wir hoffen, dass da auch technisch alles läuft und der ist jetzt, glaube ich, in der Reifenauswahl und wir müssen jetzt, glaube ich, auf den Countdown warten, bis der abgelaufen ist. Ich glaube ja echt, der will uns zappeln lassen. Ich glaube doch, der ist abgehoben und arrogant geworden, der will jetzt nicht mal mit uns reden. Der sitzt eigentlich grinsend vorm Screen. Genau, hat sich gemutet und denkt sich, haha, Idioten. Ich sehe mir einfach gerade das Gesicht von Dave vor, wir wirklich, da sitzen sich eigentlich ich auch. Genau, das passiert gerade, ich verspreche es euch. Okay, es hat gepiept. Wecker, Wecker ist am Start. Äh, Bombe ist scharf, äh, ist explodiert. Lorraine, wir haben jetzt Duki große Ziele hier, oder? Ja, also Michel und ich, wir wollen jetzt diesmal leckfrei, mindestens neunter und zehnder schaffen. Das sind schon mal Ambitionen. Einen Punkt hast du doch schon, Ray. Ja, einen Punkt habe ich tatsächlich bekommen, äh, tatsächlich sehr gut. So, jetzt kommen wir erstmal aufs Wetter, ähm, es bleibt erstmal sehr sonnig. Das sieht schön aus. Mein Ziel ist übrigens, ich will nicht letzter werden für alle meine Zuschauer, nur damit ihr wisst, wo quasi die Ansprüche für die heutige Session bei mir sind. Ich auch nicht. Ich möchte Q1 überleben. Ja, das wäre auch mal nicht schlecht, ja. Auch ein guter, auch ein gutes Ziel, ich überleg's mir mal. Jetzt ist die Katze aus dem Sack endlich mit dem Duki, ne, alle haben wir gedacht, den er kommt. Fing auch weiter. Wir haben ja mal so einen Zwischen-Livestream gemacht und einige Zuschauer haben das ja auch gesehen, da haben wir es auch schon angekündigt, aber jetzt auch offiziell natürlich den Duki, hallo, am Start. Ja, also, Dena wäre ein bisschen auch ganz lustig, aber ich glaube, Dena hat viel um die Ohren und, äh, er fährt ja schon in einer Multiplayer-Session. So, ich hoffe bloß, die Erwartungshaltungen sind jetzt nicht allzu enttäuscht, weil eben nicht der Dena da ist, sondern nur ich. Ich will jetzt nicht mehr mitmachen beim Projekt, sorry. Also ich habe ja echt mit Dena jetzt gerechnet. Felix, wo bist du? Also nicht, dass wir Dena nicht auch mitfahren lassen würden, ne, aber... Nein, ich muss tatsächlich sagen, ich habe das auch, ich glaube, es war in der ersten Ausgabe, ich glaube, ich habe es ja schon gesagt, also für mich ist Duki echt so einer der Wunschkandidaten hier schon immer gewesen für den Coop, weil... Hat man einen mehr zum Abziehen, ne, ist schon klar. Ja, genau, nein, nein, weil ich finde mal ganz ehrlich gesagt, und das ist jetzt auch nicht irgendwie Schleim oder so, aber wir haben halt in Deutschland, finde ich, eine extrem geile Racing-YouTube-Klicke, wo sich alle super verstehen und wenn wir die halt alle irgendwie so zusammen ein Projekt kriegen, was wir aktuell zum größten Teil haben, das ist halt mega cool. Also ich feiere einfach nur auch, dass wir halt zusammen halt so ein Projekt haben und nicht nur immer wieder mal zwei, drei, vier mal was machen, mal für eine Folge oder mal einen Livestream, sondern einfach mal so ein Projekt, was sich halt einfach über Wochen und Monate hinzieht, wo alle halt so ein bisschen dabei sind. Ja, das sind schon Jahre. Ja, und das ist halt einfach whoopee. Der Dave fährt ja schon, der hat noch gar nichts gesagt. Die KI fährt für mich. Ich hoffe, du hast ein Setup ausgewählt. Natürlich, bin ich blöd. Nur vollgestopft war. Das sagst du. Ich habe einen Handfilm und ich muss mein Mikro adjustieren. So, jetzt kann ich wieder wahrregen. Schade, ich habe die neue Stimme von Dave echt gut gefunden. Schöner Einstieg. Aber dass sich seine Essgewohnheiten so verändert haben, ne? Nicht mehr Handschuhe. Die Handschuhe-Diät. Gucki, war das nochmal eine absteigende oder eine aufsteigende Treppe? Ich habe gehört, im neuen Star Wars sollen auch mehr Handschuhe vorkommen. Unter anderem Handschuhe Backer. Absteigend. Och, Mann. Alles klar, gut. Die Witze hat dir immer gefehlt. Handschuhe Backer. Oh mein Gott, warum ist das? Du musst doch mal überlegen, was du da gemeint hast. Ja, ja, ich habe gehofft. Aber ich glaube, er ist sicher. Und bin weg. Er ist doch ganz allein gestorben, ne? War ziemlich traurig. Ja, ich stehe mit ihm. Ich glaube, ich habe irgendeinen Schritt bei der Lenkradinstallation der Software vergessen. Jetzt ist das Lenkrad knüppelhart zum Umdrehen. Aber egal. Heute wird mehr Muskeltraining. Dann ist wohl noch die Autozentrierung voll an. Also an die Leute. Nicht, dass die denken, ich bin Quäler und schicke den Pad-Typen die ganze Zeit hin und her. Und ich bin total Ding. Das ist einfach nur ein Test, ob es jetzt laggt oder nicht. Weil, da kann ich das echt tatsächlich gut testen. Ich war mir gerade nicht so ganz sicher. Plus endlich muss ich jetzt gerade noch mal gucken, ob ich das richtige Setup hier habe. Los, bring mir das Pad. Und jetzt stellt es wieder weg. Haha, und jetzt bringen wir noch mal das Pad. Ja, komm, die Pad weg. Tanz, Bärchen. Padman. Padman. Ha, Alonso, ganz starbe Zeit. Alle Sektoren hat festzeiten schon mal gesichert mit einer 1,37,1 oder 1. Nein, ganz sicher. Auf einer Power-Strecke sehr safe. Da ist McLaren, Honda richtig gut. Da haben wir über die gleichen Ein- ah, ich weiß nicht, ich bin heute nicht so richtig. 100 Prozent, glaube ich. Ich hoffe, dass die Lobby-Dinger sind, weil es ahnt mir schon, wenn jetzt nämlich hier Alonso auf 3 ist, Das ist der Beklagen richtig, also nicht auf Bildnachricht, eigentlich auch. Haben wir heute irgendwie Jay von Beatswit dabei oder so? Kann Ray einen Satz formulieren, oder? Ja, Jay ist dabei, das ist eigentlich der neue Fahrer. Kann Ray einen Satz formulieren. Ja, manchmal habe ich echt so richtige Hänger. Ich bin schon drei Sätze weiter, dann merke ich, da bin ich noch gar nicht. Gehe dann zwei Sätze zurück und dann merke ich, da bin ich auch noch nicht. Das war bei dem Forza-Event so, wo du, glaube ich, auf Anweisung der Regie gewartet hast. Auf einmal war der Satz mittendrin zu Ende und der ging einfach nicht mehr weiter. Und du hast mit der Punkteverteilung oder so angefangen, glaube ich. Ja, einmal war es wirklich ein bisschen abdruckt. So, keine Ahnung. Ach so, das hat schon was. Ach, vollkommen wurscht. Du bist jetzt auf B15. Du hast deinen Job sehr toll gemacht. Das ist vollkommen egal. Wenn ich nicht, egal. Ich fahre jetzt ganz langsam in die Box und fahre nicht mehr raus. Dann habe ich das Kallifang überlebt. Das ist eine Möglichkeit, aber wie Zeit reicht, ist natürlich eine andere Geschichte. Wenn du dir vor mir bist, dann könntest du mir jetzt auch noch Platz machen. Perfekt. Wir fahren übrigens im wunderschönen... Ach so, das wurde schon gesagt. Ach, ich bin echt... Ich sag, jetzt bin ständig... Und Milch und Wodka trinken. ...ins Haaren sich Hallo sagen. Ich bleib links, der auch in der 2-Zone ist. Dankeschön. Das ist der Watzmann. Als kleiner Tipp, immer da, wo die orangenen Markierungen sind, da ist quasi so eine Stelle, wo man das Auto dann reinparken kann. Also wenn du das nächste Mal bitte Platz machst, bitte an dieser Stelle. Und da kannst du dann auch stehen bleiben. Ja, mein Spaß. Oh, verdammt. Okay, und eben konnten wir schon sehen, wie Dookie einmal schon Drift hingelegt hatte. Und es geht. Ja. Dieser Drift King hier. Dookie konntest du die letzten Tage nutzen zum Trainieren? Der Dookie stürzt den Drift King. Ein gut gemeintes Stürmchen. Wie bitte? Duokie, vorhin die Kurve, musst du aufpassen. Ich muss euch auch noch mal ausstellen. Haben wir ihn abgelenkt. Dieser Druck ist zu groß. Ich muss hier noch mal in die Box. Ja, deswegen war ich gerade noch mal kurz weg. Fit in into your labs. Kann ich meinen Ingenieure-Typen da ein bisschen lauter stimmen? Da ist in Englisch ein bisschen leiser. Und da Sound-Dialoge? Äh, nee. Boxen-Funk-Dialoge. Ja, Funk-Dialoge, richtig. Danke, Dave. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist standardmäßig schon auf 10 gestellt. Du musst halt den Arrest runterstellen. Und da kannst du, das ist auch eigentlich ganz geil. Du stellst einfach Motorengeräusche auf 0. Auf 0, dann habe ich keine Probleme mehr. Dann hast du quasi Formel E der Zukunft. Weil die wollen ja eigentlich schon da irgendwie dahin kommen, mal irgendwann in 50 Jahren. Realistisch, glaube ich. Ja, der Duki beendet auch mal ein Formel-E-Rennen in 50 Jahren. Boah, es tut so weh. Ohne zurecht Sprit dabei zu gehen. Dieser Schmerz, Dave. Ja, aber du bist auch gegen Hochkaräter schlechthin gefahren. Also gegen Bono, Huiz, Gregor, Hutu und so. Du bist gegen Bono, Huiz gefahren? Nein, er hat mich dreimal überrundet. Das hat nichts mit dagegen zu sagen. Das sind die größten Namen überhaupt. Ja, aber ich sag ja nur, es ist nicht peinlich von denen auf so einem kurzen Kurs dreimal überrundet zu werden. Nee, überhaupt nicht. Wenn man nur schaut ein, im Qualifying eine 1-0-1 war das, oder? Ja, ich glaube 1-0-1-3 oder so. Ja, das ist ein halb... Meine Schnellste ging gerade mal in 1-6. Das sind fünf Sekunden. Das ist eine Welt. Ja, das habe ich drauf. Braucht ein wenig Praxis und habt ein bisschen zu viel versucht. Was ist? Bist du raus, oder was? Ja. Ach du Scheiße. Er hat das Problem, was ich immer hatte. Also man muss auch nochmal ausdrücklich sagen, an die Zuschauer. Dave hat natürlich, um die Qualität zu steigern, eine neue PC sich gekauft und hat es sich nicht nehmen lassen, noch vor der Aufnahme oder auch im heutigen Tage der Aufnahme sich bereitzustellen, damit heute alles flüssig läuft bei ihm. Damit er in 4K60 abfliegen kann. Dass er in 4K60 heute die explosiven Abflüge besser präsentieren kann. So, das hat jetzt geklappt. Glückwunsch an dieser Stelle. Danke. Wow. Sie erreicht. Ich wollte eigentlich sagen, ihr müsst es sein. Ihr müsst jetzt nicht alle auf einmal Dave deabonnieren und Anton abonnieren, deswegen, weil er jetzt meint, Dave kann nichts mehr. Ich labere nur Scheiße heute. Anton abonnieren ist nicht schlimm, aber Dave deabonnieren ist dafür gar nicht nötig. Die sind kostenlos, da kann man so viele machen, wie man will. Ja, das ist allerdings richtig. Also man muss die gar nicht ersetzen, entgegen dem allgemeinen Glauben. Das stimmt. Aber manche denken tatsächlich so. Für die Leute unten in der Videobeschreibung sind übrigens die Links, wo es zu den anderen Videos auch kommt, wenn Sie andere sehen wollen. Wir vergessen nur den anderen. Genau, aber das ist jetzt mal eine Riesenkritik. Warum hast du das nicht direkt erwähnt? Also wir machen das jetzt mal. Ja, wir machen das jetzt mal. Ja, wir haben das noch nie vergessen, am Anfang zu sagen. Ich schäme mich ja schon. Ich gehe in die Ecke. Ich gehe in die Ecke und schäme mich. Eigentlich wäre es ja Dave seine Hausübung gewesen. Ja, aber der hat ja mit Abwesenheit. Ja, der hat ja mit Abwesenheit. Ja, der hat ja mit Abwesenheit. Ja, der hat ja mit Abwesenheit. Nein, nur habt ihr auf mich gewartet. Danke an der Stelle. Meine beiden neuen PC-Systeme fertig gebaut und das hat viel zu viel Zeit in Anspruch. Also einiges davon hatte ich schon, aber das hat viel zu viel Zeit in Anspruch genommen. Von 3 Uhr oder 4 Uhr bis jetzt quasi um halb 8 oder halb 9 sogar hat es gedauert, dass ich jetzt auch Windows bei einem fertig habe. Und ja, deswegen bin ich keine Trainingsrunden gefahren, aber ja, das ist natürlich trotzdem blöd. Ja, mit zwei PC-Systemen ist nicht so einfach. Das Leben ist hart, ne? Aber guck mal, eine Runde hast du. Ich schwöre sogar, ich muss mit rechter Hand rechtes Lenkrad machen, mit rechter Hand linkes Lenkrad. Das ist schwer und ich schwöre, Beine und Pedale betreten auch schwer. Gut, dass du drei Beine hast. Aber was hast du mit Vodka? Milch? Alter, dieser Shit-Talk ist sowas von... Aber dritte Beine kommt nur an Kupplung. Oh mein Gott. Aber um einfach, glaube ich, das Qualifying wieder mal dahin zu bringen, für das es eigentlich da ist und für das wir auch alle zusammen in einem Channel sind, ist einfach auch mal vielleicht ein Thema anzustoßen. Natürlich muss man dazu sagen, dass für euch die Aufnahmen anderthalb Wochen, ja, oder die Aufnahmen anderthalb Wochen veraltet sind. Das heißt, das, was wir jetzt besprechen, ist schon ein alter Schuh vielleicht, aber ich würde es trotzdem ganz gerne ansprechen. Und zwar, dass bei Ferrari Santander als Sponsor abgesprungen ist und vor allem, finde ich, als mega geile Nachricht, und das einfach schon mal so rein zu hauen, dass Alfa Romeo in die Formel 1 zurückkehrt. Zurückkehrt. Mir ist sauber. Ja. Also, finde ich auch sehr geil, besonders letzteres. Zurückkehrt ist vielleicht eher nur ein Branding. Ich glaube, das ist eher so eine Partnerschaft wie Red Bull und Takoya. Also, es ist de facto der 2018er Ferrari Motor, der heißt aber Alfa Romeo und ich freue mich da drauf. Finde ich richtig geil. Wobei das auch nicht schlimm ist, weil in vielen Alphas ein Ferrari Motor drinsteckt. Ja, eben. Beziehungsweise auch ein Ferrari Motor, der in Ferraris gar nicht existiert. Das ist ja wie zum Beispiel BMW, Mercedes, die bauen ja auch Motoren für andere Hersteller. Ja. Deswegen ist es ja vollkommen okay. Absolut. Nee, also ich finde das cool. Vielleicht gibt es dann auch ein richtig schönes Design im Sauber. So ein dunkelrot und schwarz oder so, das würde doch aussehen. Es gibt ja diesen einen Designer, mir fällt der Name gar nicht mehr. Dugbull, glaube ich, oder? Sean Bull. Oder Sean Bull, ja. Oder der hat jetzt sogar ein geiles gemacht. Tim Holmes. Tim Holmes ist auch da, oder? Decknet, Design, Check, ist ja, egal. Bist du halt gut drauf. Noch, noch leckt es nicht, ja? In der erste Leck kommt, glaube ich, ist meine Stimmung richtig im Keller. Ich habe das jetzt im Vorfeld der Aufnahme rum, aber meine. Zuschauer mal, weil das ja ein Megaproblem war. Ich habe jetzt echt viel eingestellt. Ich habe mit Googie getestet im Vorfeld und ich hoffe, jetzt einstellen gefunden zu haben. 24 Stunden rund um die Uhr. Ja, rund um die Uhr. Dauertest auf Le Mans mit dem Formel-1-Wagen. Ja, ich hoffe, es läuft jetzt. Was ist denn los mit dir? Das war die Nordschleife. Sag das doch nicht. Die Erwarnungshallen voll hoch, dass wir die Nordschleife fahren. Ah ja, scheiße. Na ja. Eine weitere sehr, sehr coole News. Die Formel-1 hat ein neues Logo. Ey, Dookie auf 8. Nice. Wäre schön geprägt. Könnte aber ein bisschen mit leichter Käseschneidung sein. Ja, die hat ein neues Logo. Der Shitstorm ist natürlich wieder da. Dafür wurde Halo jetzt vergessen. Das ist immerhin die positiven Nachrichten. Das sieht man wieder brandaktuell, wie das heutige Leben ist. Shitstorm-Nachrichten haben eine mega hohe Kurve fallen, aber auch extrem tief, sobald der nächste Shitstorm anfängt. Das ist zwar ein anderes Thema, aber das ist leider wirklich so. Ich glaube, der Halo-Shitstorm wird aber wieder losgehen, sobald die ersten Bilder haben, wenn die Trainingsphase kommt und so. Ja, genau. Wobei ich aber sagen muss bezüglich dem neuen Logo, das ist eine Veränderung, die die Formel-1 so oder so wahrscheinlich unter den neuen Besitzern gemacht hätte. Und ich finde das Logo jetzt persönlich auch nicht ganz so schlimm. Sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Project Cast 2 Logo. Das ist sehr langgezogen, finde ich so unmöglich. Schön, dass du das jetzt gesagt hast, Gugi. Sonst hätte ich mich hier unbeliebt gemacht, indem ich gesagt hätte, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, das neue Logo, wie der Shitstorm es tut. Ich bin persönlich gar nicht so schlimm, wie der Shitstorm es tut. Das ist aber ein Logo jetzt mal ehrlich. Und dass unter den neuen Besitzern ein neues Logo kommt. Also das haben wir nicht wahr. Bätestens in China nächstes Jahr habe ich mich dran gewöhnt. Das Logo vom ADAC hier in das Schönen Rennen ist deutlich schlimmer gewesen, das neue. Oh ja. Ja, alles Grüne haben die ja jetzt, ne? Das finde ich auch nicht schlimm, das Grüne. Finde ich aber auch nicht schlimm. Das Grüne finde ich auch nicht schlimm, weil die Anordnung war scheiße. Also langfristig gesehen ist das Halo doch noch ein bisschen hässlicher als das Logo. Finde ich persönlich auch nicht so schlimm. Ich würde das mal jetzt wohl 18er Autos abwarten. Du weißt ja, ich weiß ja nicht, wie die Designstrukturen sind. Ja, man muss ja bedenken, dass Halo zum Beispiel wurde jetzt auch immer nur auf die 17er und 16er Autos einfach draufgesetzt. Und jetzt, ich denke, das wird auch nochmal ein bisschen... Ja. Eben, das ist ja nächstes Jahr in die Crash-Struktur integriert bei den Autos. Also das wird schon irgendwie ein bisschen förmiger sein als jetzt, wo die da wirklich das so quasi draufbolzen, ne? Ja, und die werden das auch sicher irgendwie einfärben oder so. Ja, klar. Sodass es nicht so negativ auffällt. Also ich habe da auch schon Designstudien gesehen, auch von Sean Bull und Tim Holmes heißt der andere, glaube ich. Wo die das auch irgendwie schön eingearbeitet haben mit so einer schwungförmigen Linie, die sich dann über das gesamte Auto zieht. Das sind halt sehr coole Sachen, also... Ja, man hat ja auch jetzt schon gesehen in den After-Season-Testfahrten in Abu Dhabi sind die ersten Teams auch schon mit Aero-Devices am Halo gefahren. Ich glaube McLaren und Toro Rosso hatten schon lustige Zügelchen am Halo obendran, hat das aber aufgewertet. Wow, Ray, wie knapp, ey. Boah, muss man auch sagen, Halo kann auch für uns Zuschauer extrem viele bringen. Ist ja nicht so, dass das jetzt nur da oben ist und für die Fahrer aus ist, sondern da kann man teilweise die Kameras geil interagieren. Da können die Autos noch besser drüber fliegen. Ja, gut, das stimmt. Aber man muss auch nicht, man darf auch nicht vergessen, Liberty Media ist ein amerikanischer Hersteller und da sind ja die 360-Grad-Kameras relativ weit in Kommen. Und vielleicht kann man das auch mittels 180 Grad fliegen. Die kommen schon, die sind vorne drauf auf der... die werden nächstes Jahr vorne drauf sein, die 380-Kameras. Ja, 360. 380? 380, super. Rundum und ein bisschen mehr. Wird es aber auch cool, wenn sie die so machen wie in den Indy-Cars. Die haben die ja auch oben drauf, also stattdessen T. Ja, oder die IMSA. Ja, die haben es auf dem GT-Autos da, aber sie ist nicht so auffällig tatsächlich. Aber ich finde die Bilder in den amerikanischen Rennseenden sind so geil mit diesen 360-Grad-Kameras. Da würde sich aber auch das Halo beispielsweise anbieten. Auch das Halo, kannst du da oben auf dem Halo? Ja. Oben auf dem Halo drauf, die 360-Grad-Kamera. Ich schlecht, Benni. Also ich sehe Halo bei Weitem nicht so kritisch wie, glaube ich, der größte Teil der Form als Zuschauer. Denn wie gesagt, ich würde abwarten, wie wird es interagiert ins Autodesign. Welche aerodynamischen Vorteile bringt es teilweise sogar. Wie gesagt, Bügelchen oder so, das kann schon aerodynamisch auch was bringen fürs Auto. Wie wird es interagiert für die Zuschauer zu Hause? Also ich glaube, dass Halo... Ja, aber ich bin gespannt, wie das wird. Also ich sehe da eher positiv hingegen als wie negativ. Negativ kann ich danach immer noch gestimmt sein. Danach positiv umstimmen ist eher schwieriger. Wenn Force India so eine Art T-Wing beim Halo macht, ey, oh Gott. Ich würde ausrasten, so einen Rollladen oder so. Bitte nicht. Das ist das Jalousien-Auto. Nee, aber eine Sache, das ist halt die einzige Befürchtung, die ich habe. Die einzige und die schlimmste Befürchtung ist, in der Realität siehst du quasi Halo nicht so breit, wie es ist. Weil deine Nase zum Beispiel blendet dein Gehirn auch aus, weil es halt irgendwie in der Mitte ist. Und du hast ein Auge rechts, du hast ein Auge links und deswegen siehst du das nicht so fett, wie es da ist. Aber bei Rennspielen kannst du das nicht so simulieren. Die Perspektiven, die Onboard-Ansichten werden alle relativ kacke aussehen. Oder da muss sich Codemasters was richtig Geiles überlegen. Oder Codemasters macht einfach eine Option, hey, du ausbildierst. Ja, das kann halt Lizenzprobleme vielleicht auch kriegen. Ich weiß es nicht. Ich kann mir auch vorstellen, wie realistisch die Dinger dann... Also ich habe in Automobilista letztens, da kannst du die Formula Ultimate, die ein bisschen an diese 2017er Formel 1-Ära angelehnt ist, schon mit Halo fahren. Und ich saß eigentlich das ganze Rennen ein bisschen hoch, deswegen habe ich es ein bisschen als extremer empfunden, als es wirklich war. Wenn ich dann mich tiefer gesetzt habe, quasi so wie man auch im realistischen Formel 1-Auto sitzt, dann ging es einigermaßen. Aber ich glaube gerade so Kurven, wo es dann bergab geht und wo du wirklich das breitere Stück immer mehr in sich fällt, gerät, da kann ich mir das schon vorstellen, dass es hierunter Probleme macht. Aber was Dave schon sagte, dieses zweispaltige Gucken, das kannst du ja wirklich sonst nur mit einer Oculus Rift oder so nachmachen. Ja, ne, es ist tatsächlich so, für die Fahrer selbst macht es, glaube ich, gar kein Problem. Aber halt für Fernsehzuschauer und im Spiel. Ich kann mir aber auch vorstellen, weil ich bin mir sicher, dass die Leute von Codemaster sich vorher auch die Autos und so ansehen. Das sind ja auch bei den Tests und so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn sich da einer mal reinsetzt, dass sie von Haus aus, aus Sicht der Cockpit-Perspektive, das Halo einfach dünner schneiden. Oh, das kann man das nicht machen. Dass es optisch dann so wirkt. Ja, aber ganz ehrlich, wie viele Leute fahren in F1 tatsächlich in der Cockpit-Sicht? Krass! Auch die Onboard-Sicht, also wenn du die Dach-Perspektive nimmst, wirst du auch Probleme haben. Glaubst du? Ja, das mag schrecklich aussehen, aber ist mir doch egal. Ich gucke ja auf die Straße und nicht aufs Auto. Das stimmt schon, aber... Alter, das fällt eng beieinander, Leute. Guckt euch das mal an. Jetzt, Paul. Ja, guck einfach mal 2, 3 und 4 an, wie nah wir beisammen sind. Ja, ja, ja. Ja, wenn ich noch nicht dabei wäre, wäre das richtig interessant, ne? Marvin hat Dave geschlagen. Ja, easy. Ich hab Dave geschlagen. Ja! Dukey hat Dave geschlagen. Kai hat Viper geschlagen. Dukey wird auch gleich von Dave geschlagen, aber... Oh, die Sahne. Komm her, du Sau. Ah, Dave, das war ungefähr 30 Minuten Zeit, bevor das Rennen beginnt. Kannst du kurz rüberfahren? Ach, 30 Minuten. Nee, das reicht. Egal. Also, Dave, in der Zeit von Ende Q1 bis Ende Q3, das wäre echt gut, ne Pizza machen. Was machen? Ne Pizza. Ne Pizza. Oh, dann kannst du aber auch vorbeikommen, dann machst du eine mit, aber... Ey, ich hab seit heute Vormittag nix gefuttert gehabt, ne, hab ich bevor das Quali losging, noch mal zwei Teller Hähnchen mit Reis gegessen. Alter Falter. Bei Teller. Es gibt Reis. Ja, gut, zwei Teller ist übertrieben. Nicht, dass auf einmal Dave mitten unter den Rennen schreit, der Stift schreit, der Stift schreibt. Ne, das hab ich ja schon zu Beginn das Quali-Fan. Der Stift schreibt, Alter. Der Stift schreit, fand ich aber auch. Der Stift schreibt braun, ja. Der Reis war nicht zufällig Pommes und das Hähnchen KFC. Eigentlich ne verdammt gute Idee, das hätte ich mir heute verdient. Ja, Leute. Was ist eigentlich von dir zum nächsten KFC? Boah, zwölf Meter? Seine Eltern haben ne ganze KFC-Kette aufgebaut, ey. Also P2 bis 10 sind nur ne halbe Sekunde voneinander entfernt, das ist sehr schön. Krass. Aber ich würd mal sagen, wartet einfach mal ab bis zum Rennen und dann, äh, keine Ahnung. Ich mein, jetzt wird gelacht, uh, Marvin hat Dave geschlagen und keine Ahnung was. Schnarche, Dave ist zweiter. Wow, warum immer ich? Schnitt-Rechner-Probleme. Dann passiert Marvin das und was normalerweise Quali passiert, ne? Da geht's gar nicht um Marvin, Schnitt, Dave ist zweiter, Punkt. Fertig, aus. Ich hab schon wieder diesen Scheiß-Bug. Das ist the first, ne? Ja, er startet ja nicht vom letzten, oder? Oh, krass, ich kann ja nochmal Quali fahren. Ja, ja, ich bin 15 da. Ja. Wir bleiben dabei, Gugi, ne? Ja. Ach, krass, wir sind 10 Leute, ne? Wow, ich kann jetzt doch alles ändern, ne? 11. 11. 11, krass. Dümmt. Wow. Und wir könnten ja auch Fußball spielen, das ist ja unglaublich. Ja, ja. Das kannst du auch, wenn du nicht zu 11 bist, Gugi. Aber nicht, wenn du eine eigene Mannschaft machen willst, Dave. Wow, geil. Was macht Verstoppen denn da? Was habt ihr bezüglich des Kurvensteins eigentlich alles gesagt? Wir tun's nicht. Wir tun's nicht. Also nicht so, also auch an die Zuschauer, wenn's mal passiert, nicht so wild, aber wir versuchen halt, dass die innenliegenden Räder, so Streckenmitte natürlich, halt immer noch zumindest mal auf der weißen Linie sind, ähm, also das ist quasi der Abschluss. Wobei die innenliegenden Räder zur Streckenmitte. Er wollte damit sagen, dass... Wenn's ne Rechtskurve ist, das ist halt... Leergeschrieben komplizierte... Er wollte damit sagen, simpel ausgedruckt, zwei Reifen sollten noch die Strecke berühren. Okay, gut. Okay, ja. Versteh ich. Ich wollt's halt ein bisschen geschmollener ausdrücken, dass das nicht jeder versteht und dann jeder sagt, ja, okay, Mensch, weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Was er da macht. So komplett in der Pampa fahren. Ah ja, das ist so wie er gesagt hat. Sehe ich das richtig, dass die Boxen ein... äh, Ausfahrt sich noch durch die erste Kurve zieht? Ja. Oder kann man vorher schon raus? Nein, ne? Gut. Ich glaub, irgendwo in der Mitte der Geraden kannst du dann wieder rüberziehen. Ja, aber die weiße Linie geht ja auch noch danach hinaus. Also ich glaub nicht, dass du so wirklich rüberziehen kannst. Eben, das hab ich nämlich auch gerade gesehen. Da bin ich vorher mal reingezogen. Stimmt. Aber dann geht die durch die Kurve noch weiter. Stimmt, stimmt, stimmt. Die Kurve. Ey, Viper, dein Helm sieht ein bisschen aus wie ein Reikön. Ja, wobei von außen zumindest. Okay. Also rot, schwarz, weiß ist ganz geil. Ganz geil, der Kimi-Style. Ich bin so ein Poet, nicht zu fassen. Ja. Anton, willst du mit deinem qualifying-greifenden Satz auch mal ein paar Donuts fürs Rennen üben? Unbedingt. Tu es! I made the one for the next year. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Tipp? Ne, noch nicht ganz. Ne, ich hab's doch... Komm schon mal, wenn dann starten wir in China. Aber ich finde die Zuschauer an sich sehr, sehr schön eigentlich. Ja, ist sie ja. Könnt' ich mich dran gewöhnen. Ich kann dir einen Tipp geben, kauf dir eine 10.70 Grafikkarte und stell alles so kacke ein wie letztes Mal bei mir und dann leckst du schön. Ich habe eine 10.70. Wer hat denn eine 10.70 im Renderrechner? Ja, im Renderrechner. Aber du kaufst dir erstmal eine neue für den richtigen. Die 10.80 werfst du auf den Sondermüll. Das ist keine 10.80. Das sind die 10.80 Ti, oh mein Gott. Entschuldigung. Da war er eine Menge Geld für gezahlt. Ach Gottchen. Bitte um Verzeihung, der Herr. Der Herr. Nicht gestattet. Das sind 15% Leistung. Oh, Scheiße. Ja, also vielleicht könnte ich jetzt wirklich mit dem neuen i7er 4K hier flüssig zocken. Flüssig? Du hast doch schon eine 10.80 Ti, also du hast jetzt zwei halt, ne? Ja. Ja, ist ja richtig so. Was willst du mit einer? Ich hab's mit dem SLI-Verbund oder? Ich hab mir diese beiden nicht. Es wäre ja blöd, wenn er das im SLI-Verbund macht. Das würde ihm ja noch einen Vorteil bringen. Das ist auch schön getrennt. Der feine Herr fährt jetzt 20.60. Jemand schnelles hinter mir und will schnell fahren oder nicht? Das ist ein Mercedes und ein K.I. Ah! Das ist auch richtig schnell der Typ. Hey Bottas! Wie sieht's aus? Der Dave ist auch... Minimal Talking. Jeder heißt, der heißt Bottas! Der Leon ist bei mir irgendwie sauerweise. Das bin ich! Kann dran liegen, dass ich leise bin. Einfach so ein bisschen da sag, oder? Oder weil ich halt... Kokisch bin. Kannst du schnell was geht bei mir? Lass mich los und leise bei mir. Aber Kokisch stimmst du zu? Ich guck mal, Anton ist so... Verrückte Kid! Verrückte Bursche! Kannst du mal noch was lernen, Dave? Wenn du Anton zuguckst. Wo wie ich gerade die Kurve genommen habe, eher nicht. Ja, Anton hier, Vorsicht! Du musst sehr lange nach links lenken. Und gleich noch nach rechts. Puh! Ja, wait! Das war knapp! Hä? Was war knapp? Achso, ich dachte, du hast das gerade mit Kuh, wenn man sagt. Ja, ich fahr ja hier. Ich hab nur so... Der eine Verbremse nach der langen Gerade? Hä? Siehst du was anderes oder so? Ich bin jetzt auf der Stadt Ziel. Ja. Vorhin, eben. Ich weiß, dass du jetzt gerade auf der Stadt Ziel bist. Verbremse auf der langen... Keine Ahnung. Ach der... Bei der Zeit in der S-Zone. Boah! Achso, das war, glaub, alles so gewollt, glaub ich. Okay. Ich bin mit ziemlich stark. Ich bin mit ziemlich stark. Ich bin mit ziemlich stark. Ja. Ich bin mit ziemlich stark. Kai, go for it! Ja, da wurde so viel gequatscht im Hintergrund, da bin ich ganz durcheinander gekommen. Ohhhh. Dann hab ich mich sogar verschaltet. Doch eigentlich nicht. Oh. Oh mein, Ropschutz fängt schon an zu rosten. Ich glaube, ich hab nur zu oft reingeließt. Was? Ohhhh. Achso, das heißt Popschutz. Ich dachte, das heißt Rotzschutz. Mein Pops ist mittlerweile komplett süß. Ich bestell mir dann von Tempo immer ganz viel Neue, ey. Jetzt mal auf ne Runde. Cool, jetzt kommt dann jeder neue Mikronom, da muss ich sowieso runterstecken. Äh, wie viel Zeit haben wir denn noch? Äh, 8 Minuten und 30. Ahja, easy. Unsympathischer Fahrer auf ne unsympathischen Strecke. So unfassbar schnell. Ach Gott. Ja, Kai. Und es ist nicht nur so, dass Anton durch Fehlerzeit verloren hat. Egal. Egal. Ich sag nix. Sag mir jetzt auch nix. Ich kann nur sagen, freut euch auf ungefähr ne Sekunde, mindestens die ihr verliert. Krass, wie Dave uns einfach schon mal direkt schlecht redet und noch gar nicht weiß, was wir eigentlich noch in petto haben, weißt du? Bei mir weiß er das. Es sind 2,7 Sekunden grad mal jetzt, wo ich auf Anton grad hinten dran bin. Also wenn ich das jetzt nicht noch easy einhole. Ah, okay, gut. Ich sehe auch, was Ray macht. Ich versuch die längere da mal in petto haben zu fahren. Was mach ich denn? Ray glaubt. Ich stand in zurück. Irgendwann hat das mal nicht funktioniert, was du da machen wolltest. Marvin hatte zweiten Run auf dem Rennreifen. Irgendwann hat das mal nicht funktioniert, was ich machen wollte. Ja, auf Wolfer, ja. Ja, ich glaube im Mexiko Testrennen so ein bisschen. Der sagt bei mir... Nee, das hat er dir nicht gesagt. Das hat er nur mir gesagt. Sei jetzt leise. Nichts. Hat nichts gesagt. Gar nichts hat er gesagt. In 15 Minuten ist gar nichts passiert in 15 Minuten. Oh nein, warum bin ich rausgeflogen? Ach, das wäre doch wieder super für mich. 15 Minuten ist genau Anfang Q3. Habt ihr euch die Rennbedingungen mal angeschaut? Sonne. Botten. Sonne. Alles gut. Kacke. Oh, was sagen die Zeiten? Ey, ich musste an der 2 jetzt mal reden können. Regnen können. Ne, was sagt die Kai? Nein, das ist nochmal gern schon eine Quelle-Spot. Okay, ich glaube das ist mit 1,36 4 safe, oder? Ja. Der Spritstand ist sehr niedrig. Vielleicht glaube ich mit 1,36 9 bin ich glaube ich auch weiter. 2 Runden an die Box. Ja, Alonso könnte schneller sein. Regen ja so schwer getan. Letztes Mal. Ja, stimmt. Es war ja wieder so eine knappe Situation am Ende von Q2. Gugi, du könntest, also man braucht ja glaube ich eh nur einen Stopp hier. Du könntest ja gucken, dass du nochmal mit einem Ultrasoftsatz rausfährst. Dann richtig langsam in der In- und Outlab. Und dann könntest du das als Rennreifen nutzen. Ich halte mich schon bewusst, aber... Ah, okay, ich sehe was. Ja, ich sehe was du meinst. Oh Gott, dieser Abstand. Oh lol. Für ein Problem bei Q2 habe ich ja was verpasst. 1.000. Das sind nur 31.000 zwischen mir und Alonso. Ja, zwischen Benni und Max ist 1.000. Ja, wir haben ja einen Plan. Äh, Benni, bist du bei der Ultras? Ja, ich weiß, ich bin noch geachtet worden am überlegen, ob ich den auspannungsstelle. Da sieht ich gerade ein falsches Bild ab. Also, was ist mein erster? Eine scheiß Ronja. Zweiter und dritter Renault. Weil ich bin ja auch noch nicht in einer Top Ten und ich werde da jetzt reinfahren. Ja, aber mit Ultrasmarven, ne? Ja, eben. Ich weiß, dass du ihn reinfährst. Oh mein Gugi. Du bist ein bisschen zu hart raus. Man hört das immer. Ich brems da immer zu hart rein. Ja. Ein generelles Übersteuerproblem in sämtlichen Lebensgraden. Hat man. Den Q2 hat man noch nicht den X4. Ne, der kommt erst in Q3. Okay, dann kann man nochmal damit fahren hier. Welchen Platz muss man erreichen, um Q3 zu sein? 5? Ne, mindestens 10. Du bist safe, Duki. Du bist 100% safe. Du bist auf jeden Fall safe. Das ist ja heute eine Erfolgsgeschichte. Da liegt ungefähr eine Sekunde zwischen. Also, weil Gugi ist noch knapp. Ja, also Gugi, ich würde zumindest mal, du kannst zumindest mal mit einem frischen Ultrasoft rausfahren und gucken, ob die die Zeiten fahren oder nicht. Komm mal, wer gerade rausfährt. Dann... Ich glaube, Gugi fährt gerade raus. Ja. Ich hab nur ein Toro Rosso gesehen, aber da hatte ich meinen Satz schon angefangen und ich unterbreche mich selbst nur sehr ungern. Ja, ich kenn dich eher. Schatzi, das geht schon klar. Du bist ja ein höflicher Typ, ne? Höflicher Typ, ne? Woah! Sehr geehrte Damen und Herren, hier sehen wir eine schnelle Runde von Gugmaster. Gugmaster. Gugmasters. 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 So, und hier haben wir Doki's krasse Mace. Woah! Fast übersteuert rausgeflogen! Woah, ich komm gerade in den sechsten Gang. Du bist das Lift & Coast nochmal. Ja, aber toll, toll, toll fürs Rennen. Ja, danke schön. Na du später nicht mehr mit uns kommunizieren wirst, ich empfehle dir jetzt schon mal, dass du ziemlich viel überschüssigen Sprit mitnimmst, weil Russland eine ordentliche Powerstrecke ist. Vier, fünf Runden kann man hier verbraten. Jetzt hast du's ja jedem erzählt. Ja, das ist... Aber kein neues Geheimnis glaube ich. Wir wissen das glaube ich alle, ja. Ja. Mal mehr Sprit mitnehmen muss, als er vorschlägt. Ja. Deswegen... Vier, fünf Runden sogar? Ja. Ja. Okay. Ja, wir können doch nochmal labern, Luki. Alles okay. Ganz richtig knüppeln auf den Geraden. Sowieso. Mit dem Anton kann man auch gut in Kurven knüppeln. Warte, Luki, fahr ich. Ja, ich halte den Abstand auf Max. Okay. Nehm, bis 15 Minuten Regen. Also Ende Q1 eigentlich. Oh, mal gucken. Äh, Q3, Entschuldigung. Oh, eins. Ja, ja, ich bin grad... Ja, mal gucken, ob Ray rechtzeitig dann rauskommt. Stimmt, der hostet wieder heut. Wir erwarten in etwa 10 bis 15 Minuten Regen. Ah, da hat er mir jetzt auch gesagt, 10 bis 15 Minuten. Also Q3 könnte lustig werden. Entregnet's doch gar nicht. Ja, oder es regnet halt direkt. Und Gugi holt wieder die Pole. Oh, nein. Ja, ab Bottas. Was heißt das Zittern? Ja, der kommt ja nochmal rüber. Kann jemand Verstappen abschießen? Und Alonso, Cojon und Bottas? Ray hat auch noch Mercedes vor sich. Das Problem ist, dass Gugi einen, äh, Flügelschaden hat dadurch. Ja, ja, oh. Oh, no. 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 Okay. Mr. GB2-Engine. Interessant auch zu sehen, mit wie viel Sprit die KI fährt. Die fahren mit fünf Rundgum. Gugi ist safe. Gugi ist safe. Alonso, Verstappen, Grosjean und Bottas haben schon die Zielflagge hinter sich. Ne, haben sie nicht. Es gibt nur 30 Sekunden. Alonso ist auf einer Fliegenden. Wo ist denn Alonso gerade auf der Strecke? Sektor 1. Erster Sektor. Aber warum ist der, der gerade hinter mir ist? Keine Ahnung, aber er fährt jetzt den Sektor zu Ende. Er ist auf einer Verbesserung. Ich tue jetzt was sehr sehr dummes, Gugi. Ich hoffe es geht gut. Ups, ich habe Alonso nicht gesehen. Du brauchst ja nur ein bisschen blocken. Ja, aber was ist mit Verstappen? Verstappen fällt die Runde fast zu Ende. Den kann ich nicht mehr jetzt einholen. Ich will meinen Reifen auch nicht kaputt fahren. Das ist aber gar nicht Verstappen jetzt in der Mühle. Jetzt ist Alonso. Jetzt musst du ein bisschen blocken, das ist Alonso. Zu spät. Zu spät. Das hat ihn schon Angst eingemacht. Ne, der hat gezuckt. Auf jeden Fall. Bin da voll drauf, oder? Ja, aber das ist so eine ganz normale Reaktion, wenn man geht. Grosjean hat es nicht geschafft. Verstappen hat es nicht geschafft. Alter, das wird echt knapp. Bottas als nächstes über die Linie. Und Valtteri Bottas. Ah, schade. Ich habe mir schwarze Bildschirm, ich habe es nicht gesehen. Oh, Viper könnte auch noch rauskriegen. Ja. Obwohl ich den Bottas fast ein bisschen aufgehalten habe. Alonso. Und Fernando Alonso. Alter, ich brauche auch Viper raus. Alter, ich habe ja schrecklich Schwein gehabt, ey. Wahnsinn. 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 Boah! Wow. Die Kelly ist auch richtig stark. Also an die Zuschauer, Cookie und ich haben tatsächlich im Vorfeld auch nochmal kurz getestet. Auch wegen meiner Performance-Probleme und die KI war die ganze Zeit stark. Ich hätte jetzt eine Verbesserung gehabt von ja weit über eine Sekunde. hätte ich mir die Frontflügel nicht abgefahren aber es war auch ganz komisch er fährt ganz in die Kurve an und fährt dann geradeaus weiter konnte nicht ausweichen das ist von außen immer sehr leicht zu bewerten aber ich hätte da irgendwie mal kurz locker gelassen oder ein bisschen weiter außen gefahren oder einfach locker lassen und in der nächsten Runde dann fahren ich hatte nicht genug Sprit mit für eine zweite Runde das ist das Problem du hattest drei Runden ja wobei du hättest ja nochmal auf Mager durchfahren können und dann hättest du letzten Schuss hättest du nochmal machen können und dann wäre es ja egal dann kannst du ja auf Mager in die Box rollen wieder aber ja schwierig ja kurz zur Info für meine Zuschauer ich habe hier einen schwarzen Bildschirm ihr seht es natürlich ja das ist ein Bug vom Spiel ja okay wie gesagt ist von außen immer sehr leicht zu beurteilen aber ich kenne das selbst so im Cockpit möchte man dann natürlich direkt weiterfahren hätte ja auch gut gehen können wir haben in der Vergangenheit gute Aufholjacken von Guggy gesehen also ja die wird es heute auch wieder gehen beziehungsweise morgen für die Zuschauer Alter Marvin 3000 Zylinder Anton was ist da los richtig stark ja aber du wärst auch bei uns reingefahren ja aber wirklich Ray hier 3 Zehntel oder 3,5 4 Zehntel ja aber also sagen wir es mal so wir werden hier auf jeden Fall 1,34er zeigen gut kommt jetzt wenn der Regen kommt natürlich nicht aber da muss man auch realistisch sein also mit Ultrasofts sind ja 1,34er Zehntel boah da freue ich mich schon auf die lange Links ey wenn der Regen kommt da geht es nur quer ja für mich tippst du quer das siehst du mehr ne Anton ich Anton mach am Anfang von Q3 das was Männer am Anfang von Q1 immer macht oder machte direkt raus waren wow krass was für ein Tipp ja das hätte ich jetzt sowieso gemacht also ja aber das ist Kai auch auf 4 ne mega stark wollte es schön koptisch machen damit es nicht jeder macht also ich habe halt richtig Angst vor allem für die hinteren Leute diese erste schnelle Kurve ey die sind so dumm die KI da also muss ich auch fassen gerne schon weiter klicken Rest in Peace Dave Rest in Peace Viper und Kugi auch leider ne muss man sagen ja wobei die die haben ja meistens euch dann vor der Nase also da gibt es ja nur 2-3 KI-Fahrer zwischen denen und euch ja aber die von hinten sind ja genauso blöd die da hinten wobei sie halten ja also du kannst nicht vorsichtig in die erste Kurve reinfallen die KI schießt dich einfach von hinten fährt die dir in die Karte habe ich jetzt auch bei Auto gemerkt Buchwerten hier aufgehört aufzunehmen Viper irgendeiner pustet ins Mikro Viper hat sich auch gemütet ja bin mal gespannt jetzt aufs Qualifying ansonsten keine Ahnung mal gucken wäre halt lustig wenn ich im Rennen noch weniger fahre als im Qualifying also noch regnet es nicht wenn ich das richtig sehe ja ja ne tut es nicht kommt jetzt halt wir bewölkt aber ja direkt rausfahren hätte ich eh gemacht das Schnitt ist erst nach 45 Sekunden losgefahren oder so erreicht auch ekel ja hättest du das mal in Melbourne gesagt es war dumm ja ja Quad Erwart Demonstrandum hier was zu beweisen du du hast ja jetzt gerade da lang links echt ich bin direkt vor dir wie funktioniert mir die steuerung beim zuschauen das weiß ich gar nicht ähm Patron oder Lenkrat du hast ja dein ähm zuschauermenü da musst du irgendeine Zahl ich hab schon die Tasten gefunden viel Glück ja Wetterbericht genau toi 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 jetzt machen wir wunderbar Duki ja gut wenn man als Kommentator den Wetterbericht hätte ja das stimmt ja erstmal ne Mail schreiben Wetterbericht Wetterbericht äh ich mach da ein bisschen langsamer Benni weil die KI kommt mir doch ein bisschen zu nahe gerade da will dann mal extra Sprit verbraten macht das DHS aus Achtung wer auch immer da hinter mir ist hier entsteht Stau ok danke das ist Duki oder ja hab ich dann immer gefragt wie das passiert ein bisschen Amen. Ich bin mal drüben übrigens am Freizeitpark. Ja, da wollte ich auch schon hin den Proben rum. Da ging richtig gut aus. Das ist auch der Zeitvertrag. Sonst würde ich in der Box sitzen und warten. Jetzt wäre es geil, so ein Ausstieg von Rollercoaster Tycoon oder so einblenden. Bei der neuen Hongkong Strecke von Air Factor 2 sind die Schreie von Rollercoaster Tycoon 1 drin. Dieses typische Leute fahren Achterbahnen rum und kreische. Exakt die gleichen Soundfiles. Kommt das beim Schalten immer oder? Das ist der Fahrer, der nach Leistung schreit. Ich hab so ein bisschen prophezeit und... Wetterbericht. Wetterbericht. Fuck. Ich hab einfach zuviel Fehler in der einen Runde gemacht. Ich hatte nur einen. Ja, ich hab 3, 4 gehabt. Du kannst noch ein bisschen höher ziehen. Ja, meine Ball war auch rutsch, Anton. Kurve 4 hatte ich einen relativ großen drin. Ich glaub Dave hat's wahrscheinlich gesehen. Aber danach war sehr gut. Also besser kriege ich den anderen Teil auch nicht hin. Naja, es ist schon zu rutschig. Echt? Für eine Bestzeit ist schon zu rutschig. Jetzt schon? Ja, definitiv. Ich hab direkt 4 10 verloren beim Rausbeschleunigen. Also... Das ist durch. Glückwunsch an Anton. Ja, ist durch. Warte mal ab. Zuki fährt da... Zuki fährt noch ne Runde. Ja, ich probier's auch noch mal. Der letzte Sektor ist viel zu rutschig. Oh ja, jetzt drückst du jetzt hier. Nee, jetzt muss ich vergessen. Oh! Ach, schade. Ende. Anfang Sektor 3. Aufpassen. Glaube ich hab ein bisschen Glück gehabt jetzt. Weil Ray war sehr schnell. Mit denen super... Sorry Maxi. Äh, war schon überhin. Der Ede, langsam. Ey, kannst vergessen. Ja, ihr wird schon sehr rutschig. Du gehst halt auch mal... Relativ. Viel aufs Gas. Nee, 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 nee. Ja, in der Situation ist es viel weniger Dukis Schuld als... Ja. Die Wetterbegebenheiten. Nee. Nee, schade. Nee, fürs absolute Limit schaffst du keine Top-Zeiten mehr. Das geht nicht. Ja, aber es hätt vielleicht noch mit Bottas oder Alonso geklappt. Drei oder vier Zehntel hätt er gut machen müssen, dann wär's P8 gewesen. Aber der erste Sektor war schon nicht so pralle. Also das war... Ja, aber... Zum Scheidern verurteilt. Ich hab sofort Instant, als wir im Koli waren, hab ich sofort gedrückt los rausfahren. Ja. Und ich war auch wirklich als Erster auf der Strecke. Das war auch mein Glück. Ja, ja. Ja, ich hab halt noch die Q3-Reifen genommen. Ich glaub, die Sauberbox ist die, die am nächsten mal an der Ausfahrt ist. Ich hab halt ne extra... Also Sprit für ne extra Runde. Und mit der Maximalmischen muss da ja nochmal ein bisschen mehr. Das ist vielleicht halt, ob das Auto jetzt ein bisschen zu schwer gewesen. Und dann halt diese drei, vier kleinen Fehler drin. Und... Aber trotzdem, super Zeit, Anton. Ey, 34,2. Stark. Michi, du hast Spaß, ne? 34,2! Mit 34,8 wär ich auch noch gekommen, aber an euch bei den Weltgarten. Ja. Aber mit den Fehlern 34,6 ist jetzt nicht weit weg, ne? Ne, das sind Nuancen. Also jetzt nicht so, oh, ich hab mega Fehler gemacht, Kunden verloren. Sondern das sind Nuancen. Also ich denk mal, selbst dann wär's vielleicht knapp geworden. Oder halt vielleicht, wenn ich wirklich nur für das eine schnelle Runde Sprit dabei gehabt hätte. Wir werden's nie wissen. Wir werden's nicht wissen. Und das ist auch scheißegal. Und das geht's nicht. Ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis. Glückwunsch an Anton. Glückwunsch auch an Dave, dass er trotzdem noch so cool bleibt. Du lauerst heute schon sehr, sehr viel Unsinn. Ja, aber echt. Also so viel Unsinn hab ich selbst mit meinen schlechten Wortwitzel nicht erzählt. Ah, das ist jetzt. Also Dave. Das war ne Beleidigung. Das war ne Beleidigung. Oder sogar. Der Windtunnel ist an. Jaja, ich hab das mitgemacht. Ich durfte das mitnehmen. Wieso hatten die da einen 37 Grad? Warum nicht? Ich bin mal eben auf dem Toiletten. Ja, warum? Ja, eben. Warum nicht? Weil's lustig ist. Die hätten auch tatsächlich 50 machen können. Alter, das wär geil. Gesundheit. Dankeschön. Aber die haben ja 37 Grad und 40 Prozent Luftfeuchtigkeit. Also das ist ja keine trockene Wärme gewesen. Da war ja echt Feuchtigkeit auch drin. Sauna-Feeling. Und nur irgendwie 5 oder 10 kmh Wind. Also fast gar nichts. Also so ein ganz laues Lüftchen. Und äh. Und den Kommentar vom Haider ja sehr gut. Ich mach mir meine eigene Butter. Naja. Ich muss. Äh. Das wäre echt. Das Geile war ja auch. Ich hab ja tatsächlich ähm. Butter dabei gehabt. Den ganzen Stream ja gesehen. Also quasi. Ich hab ja auf das Stream-Bild kommentiert. Ich hatte ja kein anderes Bild. Und äh. Das war halt. Ey. Ich hab ja alles mitgehört. Ähm. Und ich musste so oft so lachen. Einfach was da zum Teil gesagt wurde. War schon geil. Ich glaub am Anfang hat man dich auch gehört. Da war das Mikro nicht richtig gemutet. Ähm. Also mich auf keinen Fall. Weil ich hab mein Mikro. Doch. Nein. Kann ich sagen. Du hast doch. Du hast irgendwas zu dem T-Shirt gesagt. Das der eine anhatte. Oder? Nein. Ach scheiße. Ich hätte schwören können, dass es deine Stimme war. Okay. Gut. Dann hab ich mich getäuscht. Ähm. Ich äh. Weniger trinken. Ne. Einfach kurz auch zur Erklärung, warum es 100 Pro nicht sein konnte. Ich hab meine Mikro. Also ich hatte ja so ein Mischpult vor mir. Und konnte direkt zur Regie sprechen. Oder halt natürlich On Air gehen. Und ich hab das Mikro immer selber aktiviert oder deaktiviert. Nur die Regie hätte mich halt natürlich auch abschalten. Also ich hätte jetzt quasi das Mikro für On Air aktivieren können. Aber die Regie hätte dann sagen können. Äh. Ne. Du nie. Also die hätten mich dann abwürgen können. Aber ich hab das selbstständig auch immer ausgeschaltet. Das heißt es konnte eigentlich nie. Auch wenn selbst die Regie das verplant hätte. Die hätten mich niemals. Oder man hätte mich niemals gehört. Wenn man ich hätte nicht hören sollen. Holzbaul. Bäm. Weg mit ihm. Der dünne, blasse Junge soll weg. Ray, unser Fernsehstar hier. Ja. Ich fand's geil. Ich hab's nicht mit dem Arena lang gesehen. Ich fand's auch richtig geil. Hätte man auch auf einem Fernsehsender irgendwie. So Sat.1 oder ProSieben oder so übertragen können. Jetzt übertreibst du auch. Auch nicht. Aber die Qualität. Jeder hat sich sehen lassen. Fand ich auch. Also ab und zu halt nur die Audioqualität war manchmal ein bisschen kacke. Ja. Aber sonst. Man hätte zum Beispiel fürs Mikro ein paar Pops. Also für die verschiedenen Mikrofone einen Popschutz organisieren können. Das Ding war. Bei Maxi ist ja Popschutz immer abgeflogen. Ja. Und dann stand's da einmal. Wo der erste Mal abgeflogen ist. Direkt voll im Bildkanal. Und man hat einfach nur noch. Ja. Also du. Ja. Aber ich fand's da nicht schlecht. Man hat dann wirklich auch mal gehört. Okay. Da ist Wind am Start. Ja. Und zwar nicht zu wenig. Das war schon heftig. Also. Also. Das war schon ordentlich. Wenn die da. Da. Äh. Gerade jetzt da der Herbst. Mit 40 kmh. Das ist nicht mehr ein Lauslüftchen. Das ist schon ordentlich. Ja. Das glaube ich. Was ich ja auch geil fand. Ähm. Mal kurz weg von dem hier. Also nicht, dass ich darüber nicht reden möchte. Schwachsinn. Ähm. Aber. Es war jetzt beim Formula 1 Finale wieder ein bisschen zu Formula 1 zurückzukommen. War ja auch das E-Sports Finale. Ähm. Dave gewünscht zum zweiten Platz. Ja genau. Dave hat gewonnen. So das war Dave. Hä? Was? Dave war doch der Brandon Lee. Nein. Das war Anton. Das war Ego. Was? Was? Dave ist der Decknamer von Brandon. Ey diese Rivalitätssache mit Platz 1 und Platz 2. Es wird mich nie ärgern Leute. Egal wie sehr ihr sagen wollt, dass Anton aus Ego natürlich. Das geht mir echt gar nicht. Aber ich will jetzt so rein. Ja ich weiß. Von der Charakteristik her so. Finde ich passt Platz 2. Willst du sagen meine Charakteristik ist wie die von Brandon Lee? Nein. Aber. Du sollst ja Platz 3 sein. Ist das das was du sagen willst? Ja. Es ging mir eigentlich mehr um Dave nicht um dich. Du musst jetzt einfach nur so. Jetzt red dich bitte raus. Oh Gott. Ey ich rede mich nie raus. Also für dich hab ich jetzt einfach auf Platz 1 gesetzt. Weil macht ja auch Sinn oder? Oder willst du Platz 3 sein? Nee 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 alles gut. Ja jetzt siehste. Ich kann übrigens bestätigen. Es ist zu nass für ne schnelle Runde. Ach. Ach ne. Erzähl. Ah ok dann fahr ich jetzt nicht mehr raus. Zum Glück haben also Profis wie euch. Die das wissen. Der ist auch inzwischen deaktiviert. Anton ist auch so jemand der morgens nach dem Aufstehen auf dem Balkon steht und erstmal die App aufmacht um zu sehen wie kalt es draußen ist. Das guck ich so. Also ich guck ob es regnet. Weil wenn du raus gehst du weißt ja nicht wie kalt. Also du weißt ok hey cool das fühlt sich. Oder hey blöd das fühlt sich echt kalt an oder so. Aber du weißt ja die genaue Temperatur dann nicht weißt du. Boah. Ok du hast noch einen fertigen Satz hinbekommen. Ich wollte gerade schon sagen. Woe ich eigentlich Elon City an algebra einsatz. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte war eigentlich das ich sagen wollte ich fand es auch geil dass das Finale der Formel 1 E-Sport matches YOU Yep. Also auch im TV übertragen wurde und das ist schon glaube ich Richtung Formel 1 E-Sports Mal Rejustru. Aber der hat so eine anstrengende Stimme. Und look at this! Ja, das ist doch so ein Inder oder so, oder? Und Brandon Lee, going around the outside! Ist Italiener, glaube ich, oder? Ich fand das auch sehr anstrengend. Ich dachte so, guck mal, wer da so gebrochen Englisch spricht. Ich fand das sehr anstrengend. Ist das unmöglich? Was macht er denn? Er geht nicht nach der Pitlane. Was machst du denn? Ja, ja, genau so klang. Und Cemburuk Pasi, winning the Beijing Grand Prix. Wer hat uns das kommentiert? Was? Das ist ja nicht mal überspitzt, ey. Das ist ja wirklich so gewesen. Das klang so wie Ray gestern. 1 zu 1. Ich fand es aber auch ganz cool, wie Cemburuk Pasi, also wie dann da auch Alonso mit dabei war und so. Also ganz coole Sache. Der, glaube ich, bei dem jetzt im Simracing-Team ist oder so. Ja, dann würde ich mal sagen. Aber sag es doch mal ganz kurz an, bevor die Zeit abläuft. Und dann gehen wir mal in die Taktik-Besprechung. Genau, das war das Qualifying. Und jetzt gehen die Leute in ihren Channels und besprechen ihre Taktik. Wir sehen uns dann morgen wieder zum Reden. Bis dann. Bis morgen. Also noch dranbleiben. Genau. Incredible. Oh, sorry. Das war mein Hund, ne? Ich hab nur so ein staunendes Wupp. Oh, ey. Coole Sache, ey. Wir sind gleich. Wir sind gleich. Okay. Ja wunderbar. Duki wehrt uns. Wir hatten gestartet. Wir hatten gestartet. Ich war's nicht. Wir hatten jetzt weiter gedrückt. Der kriegt fünf Punkte Abzug. Ich war's nicht. Pst. Ja, wow. Ich war's ausnahmsweise auch nicht, weil ich hab noch gemovt. Ja, und ich hab jetzt keinen extra Sprit mit. Ne, das ist ja sowieso. Wir machen ja sowieso eine neue Lobby auf. Also alle sowieso rausgehen, ne? Ach so. Aus der Lobby. Ach so. Jetzt? Ja, du musst zurück zum Hauptmenü gehen. Gibt es denn jetzt wen, der die Strategie noch nicht besprochen hat? Hallo, Teambesprechung. Ja, also wir machen's jetzt einfach so. Weil Gugi und ich konnten ja dann, der Bob, schon im Vorfeld schon mal gucken. An die Zuschauer. Tut mir leid, dass ich das jetzt nicht einblenden kann. Also das, was auch Dave vorher gesagt hat, auch an Duki. Also auf jeden Fall mehr Sprit mitnehmen. Ruhig. 60, 61 Kilo. Da bist du dann ungefähr bei, glaub, vier, fünf Runden mehr dabei. Auf jeden Fall. 62,5 sind genau fünf Runden mehr. Ja, weil wenn du, das hat auch Gugi getestet, wenn du eine Runde komplett auf Fett fährst, falls du das mal machen willst, verlierst du halt fast 0,6 bis 0,8 quasi Runden-Blums. Also das ist ruckzuck weggefahren, wenn du das machst. 0,4 waren's. Ne, das waren 0... Ach so. 0,4. Also beim Plus ging's um 0,4 runter. Du brauchst für eine Runde Fett. Ach so, ja, okay. 1,4 Runden und für eine Runde Max 1,6. Alles klar. Okay. Ja, egal. Auf jeden Fall mehr mitnehmen. Mhm. Reifen. Weiß nicht, du bist ja auf 10, also du fährst auf jeden Fall auf den Q2-Reifen. Was hast du denn da? Ultrasoft wahrscheinlich, ne? Ja. Wie viele Runden bist du die gefahren in den Q2? Ich glaub, die hat eine Abnutzung von 8%, fünf Runden, vier Runden. Oh, so viel. Mhm. Das ist ein Tipp einfach für dich. In Q2 immer, wenn's geht, nur eine Runde fahren. Also maximal zwei, weil du nimmst den Reifen ja für den Start. Das heißt, du startest ja jetzt mit ziemlich kaputten Reifen. Allerdings kannst du die Reifen ziemlich lang ziehen. Also für dich vielleicht einfach ein bisschen früher so eine Runde sehen vielleicht. Ungefähr, muss man gucken, wie's halt geht. Ja. Dann auf die Supersoften dann durchfahren. Also ein Boxjob reicht. Ja. Und ja, bei uns ist halt Strategie jetzt, Gugi, du musst jetzt ja auf Ultras starten, ne? Ne. Ich bin ja ausgesagt. Ja gut, dann bleiben wir bei unserer Strategie. Dann machen wir 13. Nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt mit neue Supersoft starte. Das heißt, ich kann eine Runde später. Ja, dann machen wir auf jeden Fall safe so, dass ich 13 gehe und du 14. Ja, außer es wäre eigentlich ein Zwischenfall, aber das sehen wir dann eh. Ja, genau. Dann machen wir das so. Ich geh 13, du 14, dann restfahren wir auf den Udis. Gut, dann haben wir das. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Schaltet auf jeden Fall nochmal zu den anderen Sichten auch morgen vorbei. Und ja, Duki bei uns mit dabei. Das heißt, Unterhaltung dürfte nicht zu kurz kommen. Das wurde ja zuletzt noch so ein bisschen kritisiert, dass wir ein bisschen zu wenig Unterhaltung... Dafür haben wir jetzt gesorgt. Ja, beste... Ich versuche mich aber zurückzuhalten, um die Konzentrationsfähigkeit nicht einzuschränken. Ja, natürlich. Das machen wir alle, aber einfach ein bisschen labern miteinander. Ja, halt zum Renngeschehen einfach am besten. Und dann passt das auch. Also ich bedanke mich auf jeden Fall. Du bist jetzt einfach für unser Team adoptiert worden. Also ganz einfach, du gehörst ja zu Toro Rosso, du bist jetzt das nächste Junior-Team. Geht schon. Die große, dicke, fette Hoffnung. Williams ist ja das Junior-Team von Toro Rosso. Nein, das ist nicht. Ja, wir machen Schluss jetzt. Also vielen Dank fürs Einschalten. Schaltet morgen unbedingt wieder einen zum Rennen. Und ja, dann würde ich sagen, danke an Duki, danke an Googie, danke an alle anderen, die auch ihr Forschung gehört habt. Wir sind raus. Ciao. Bis morgen. Servus, Freunde. Ma Orientierung. Du bist währenddata. Da, wir machen sie ja auch unterENDen. Wir machen sie ja auch, wir können es sagen ja auch noch eine Springste phrase.